Krollseben mit gestreckten Beinen. Das heisst nicht direkt gestreckt, leicht gebürgt. Lassen aber trotzdem feste Beine. Achtet darauf, wenn wir runter gehen, Rücken gerade. Wenn wir hoch kommen, achten darauf, dass der Körper leicht nach hinten geht bis zur Streckung und dann wieder langsam runter. Hoch, schneller, langsam wieder runter gehen. Untertitelung des ZDF, 2020